Na gut, dann ist beim Jäger... Nein, ist nicht beim Jäger. Geh arbeiten. Bitte geh arbeiten. Geh arbeiten. Und ja, ich bin gerade am verzweifeln, weil er zu blöd ist zum Arbeiten. Ach komm, bitte. Ich bräuchte einen Force Arbeiten-Button. Ganz ehrlich, den bräuchte ich. Weil mein Bäcker, der will nicht arbeiten. Mein Bäcker will nicht arbeiten und wir verhungern. Wir werden verhungern, weil mein Bäcker nicht arbeiten will. Ich muss die Wegweiser abreißen. Die Leute laufen mir zu weit weg, um Nahrung zu suchen. Du brauchst keine Ges... Ich weiß, dass ihr alle hungrig seid. Aber mein Bäcker will nicht. Genau, sterbt. Sterbt, sterbt einfach. Ich weiß, dass ihr was. Zurück zum Hauptmenü. Ich kann bis heute nicht sagen, wie tief... Gut. Wert Kundschafter. Ja, 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 ja. Warum bist du immer noch Zivilist? Jetzt endlich bist du Kunstschafter. Ja, 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 ja. so direkt ab die luci auf dem bauernhof es war ein fehler gleich so schnell zu drehen weil vergesst das einfach auch ja für die übersteuerung entschuldigung für alles jetzt weiß ich warum ich das spiel schon lang nicht mehr aus der kiste geholt habe es ist einfach teilweise saumäßig nervig so für dich unten können wir nichts tun wo ist mein kundschaft da jetzt schon wieder ach da oben habe ihn ausgewählt ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, Lebenarbeiter Wobei, ein Lebenarbeiterzelt können wir auch gleich in Auftrag geben So, du bist erwachsen, kannst Farmer werden Du hast den Farmberuf gelernt, gut Bronnen Ule So, Holzfäderzell ist fertig. Ich werde aber kein Holzfäder einstellen. Ich werde erst alles bauen und dann, wenn die Bäckerei steht. Und mein Bäcker anfängt zu packen. So, du hirst beim Bauen. Ich habe vier Frauen. So, du hättest. Das war's für heute. So, das heißt, ich verheirate mal euch beide schon mal. Leute, wir haben Holz im Hauptgebäude. So, Björni, arbeiten. Du wirst nämlich gleich zum Müller befördert, sobald du 100% hast. So, du nimmst die Mülle, fertig. So, du nimmst die Müller befördert, sobald du 100% hast, sobald du 100% hast, sobald du 100% hast. Ja, Olaf baut die Mülle, indem man um sie herum geht, das ist gut. Hauptsache, sie wird schnell fertig. Sehr gut. Ich sollte aber doch einen Jäger langsam mal beauftragen. Nein, 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 nein. So, Schule ist auch fertig. So, wir hatten doch vier Frauen, oder? Wo ist Nummer vier? Ach, er will sie da oben heiraten, okay. So, Brunnen ist fertig. So, ich bin jetzt nicht. Hier früh ist gut, da oben in die Mülle. Ja, solange ich dich rumstehen lasse, passiert nix. Gut. Mein erstes wichtiges Ziel ist, mit denen die Jadern Frieden schließen. Dann können sich meine Leute auch wieder frei bewegen. So, unsere Nebenarbeit hat es den Zelt auch. Noch sieht nahrungsstabil aus. Ja, unser Jäger will nur gerade nicht jagen. Ich habe jetzt noch drei Bauarbeiter oder fünf? Okay. Das heißt, du kannst gleich mal in die Schule. Und, äh... Haftgrimmau. Ich muss gleich die... ...Nahrungsproduktion auch am Laufen halten können. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020